Und damit seid gegrüßt, mein Liebenzwege, Gnome Hobbits und Endoderm, ihr seht es richtig, zu Minecraft. Mein erstes Mal auf PC. Ich habe hier schon ein paar Blümchen gepflückt. Ich werde mit euch jetzt einfach mal meine Ersten... Oh, eine Biene. Die stechen. Okay, ich glaube, das war eine schlechte Idee. Okay, das ist der ganze Schwarm auf mich wütend geworden. Ich werde jetzt meine Anfänger in Minecraft, steht hier irgendwo der Version, in der neuesten Version zeigen. Ich muss mich mal ein bisschen an Spielsteuerung gewöhnen. Ich habe Minecraft noch nie auf dem PC gespielt, Minecraft A nur 100 Parts, gab es auf der Nintendo Switch auf der Switch-Version. Ich muss hier erstmal klarkommen mit. Hier gibt es noch weitere Blümchen. Da drüben habe ich eine Kugel gesehen. Die sollte vielleicht mal schlachten, damit ich Essen habe. Und ich habe hier auch eine kleine Anleitung. Sollte ich mir einen Baum holen und sollte mir mal im Bett kraften. Das weiß noch was Minecraft A nur. Neues Siebs Anlockt. Ja, ein kleines Tutorial kriege ich auch noch. Die Kuh muss drauf gehen. Alt Kuh. Ich muss überleben. Dann werde ich mir gleich ein Dötter ausbasteln. Mal meine ersten Schritte hier. Meine Kraft. Das hat aber gedauert. Neue Rezepte. Ne, dauern zu. Sehr schön. Ich würde den Text oben kleiner machen. Geht das? Ein bisschen zu groß. Mein Skin habe ich auch schon festgelegt. Ich weiß bloß gar nicht, wie man den zeigen kann. Grafisch, Fernsehen. Hier mal schauen. Jetzt ist es weg. Jetzt haben wir jetzt abgebaut. Dann würde ich mal neu kommen. Ich glaube für ein Bett brauchen wir drei. Drei Holz. Oder was mehr? Jetzt lassen wir hier das Gebüsch stehen. Äh, was? Haben wir schon Holz platziert gleich. Okay, ich wollte das Laub nicht stehen lassen. Das ist halt immer blöd in Minecraft. Okay, das ist auch mein Skin hier. Ich habe den untergeladen von der Seite. Das ist so ein... Ich habe nach Dwarf gegoogelt. Das erste, was ich gefunden habe, habe den Zwerg hier eingepackt. Da haben wir Rezepte. Sehr schön. Das heißt Schild benutzen. Okay. So funktioniert das nicht. Hier können wir das erstmal richtig craften. Das muss man Kräfte lernen. Äh, 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 okay. Ähm, jetzt haben wir hier. Holz. Ich habe mein Holz. Bergbank. Das finde ich ganz schlecht. Jetzt haben wir jetzt mal eine Werkbank. Ah, okay. Ich lerne dazu. Eine Werkbank. So, jetzt kann ich rausgehen, rausnehmen. Geht bestimmt noch viel schneller und viel besser. Jetzt haben wir jetzt mal eine Werkbank. Jetzt müssen wir Schafe scheren. Schafe töten, damit wir uns das Bett bauen können. Ich habe einen Stock. Aufgepasst. Öves. Nein. Nicht eine Höhle. Ich will noch nicht in eine Höhle. Das hält sich für eine schlechte Idee. Jetzt in eine Höhle zu gehen. Nein. Sehr schön. Wir müssen uns ein Schaf suchen. Und das Schaf mit dem Stock zu schlagen. So, wenn ich hier noch wirklich, ja, wenn ich ein Noob bin. Ich habe einige Fehler noch machen. 100 Parts Minecraft. Anno haben da auch nicht viel dazu getan. Ja, ich habe schon ein bisschen Erfahrung mit Minecraft. Ich kenne das schon ein bisschen, aber... Nix daran, dass ich immer noch ein Noob bin. Und erst recht in der PC-Version. Einige Überlebenstricks. Das sind immer noch nicht bekannt, obwohl ich schon ordentliches Dorf hatte. So, scharf, scharf, scharf. Ich habe hier einen Stock. Komm zu Daddy. Schärfchen, schärfchen, schärfchen. Ist doch bestimmt irgendwo eine Sprint-Taste. Kann man sich bestimmt auch irgendwo Mühle angucken, wie man die Belegung gepackt hat. Ziemlich ruhig hier. Keine Minecraft-Musik. Scharf, 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 scharf. Mal schauen nach Schafen. Ne Kür. Se Kür. Wir brauchen ja Wolle auf jeden Fall für Schafe. Ja, einen Schallfaden müssen wir uns auch wieder gewöhnen. Der berühmte Schallfaden. Man kennt's. Hast du ein Schaf gesehen? Ich frage, ob du ein Schaf gesehen hast. Hast du ein Schaf gesehen? Okay, ein Bienenstock. Ist bestimmt eine schlechte Idee dagegen zu kloppen. Abiolo. Okay. Niemals zu Hause. Da ist ein Schaf. Hey Schaf. Zwei Schafe. Oh. Fischi Fisch. Wollen wir jetzt einen Fisch eilen. Tag, Mr. Schaf. Sorry dafür. Ich brauche deine Wolle. Eine Schere habe ich noch nicht. Okay. Okay. Bad Bank. Rägt das schon. Da müssen wir noch ein Schaf töten. Es wird nachts. Ich sollte mich langsam mal irgendwo hin verziehen. Ein Bett. Da brauchen wir drei Holz. Und drei Wolle. Ähm. Schaf. Schaf, Schaf. Schwarz, Schaf. Schwarz, Schaf darf bleiben. Ist braun auch. Wo ist das Weiße? Ich habe hier noch ein weißes Schaf gesehen. Das wird mich mal dann verbuddeln. Gleich kommen die Quibos. Oh, Schwein. Ich verbuddel mich. Schaf, Schaf. Schaf, Schaf. Schaf, Schaf. Schaf. Schaf, Schaf. Ähm. Dort. Ich muss mal die Nacht überleben. wir können noch mal ein bisschen was essen hier hatte nicht viel gemacht können wir mal gucken was wir hier so machen können ok wir können uns schon ein Holzschwert machen das ist gar keine schlechte idee ein Brot können wir uns auch machen ein Holzschwert sehr schön dann können wir noch arbeiten noch weitere Sachen erstmal zum Verteidigen das ist kein Geschlechtidee ich muss jetzt mal das Schaf suchen ich brauche unbedingt ein Bett das ist ein Blümchen das ist eine Duken-Taste Sprint-Taste habe ich noch nicht gefunden ach du Heiliger jetzt aber tief runter wo sind denn die ganzen Schafe hin hier das ganze Tier mit Tiers ich bin schlafen gegangen in der Nacht da mäht es doch ich sehe hier gerade relativ wenig scharf scharf schwarze Schafe schwarze Schafe ich komme irgendwie zu einem Bett schwierig im Dunkeln vor allem schwarze Schafe zu finden ich war doch so viel da ist noch ein weißes und noch ein drittes oder ja hier doch jede Menge weiße Schafe oh nein ich habe ein Schwein gehauen sorry Paluten das weiße Wolle und da ist nochmal weiße Wolle scharf so jetzt können wir uns doch ein bestimmtes Bett bauen einfach hier oben auf dem Gipfel ok mit mit nee kein Chaos weißes wollen wir machen nicht in Luft springen während ich hier suche hier mein Bett ich habe ein Rezept entdeckt für neue Betten mit verschiedenen Farben hier haben wir doch jetzt schon ein Bett und schlafen wir sollten uns das Bett irgendwo aufstellen damit wir einen Spawnpunkt haben was die Bienen machen habe ich auch noch nicht kapiert was die uns bringen einen habe ich schon gekillt und lass sie erstmal bleiben jetzt brauche ich mir das Dirt Haus das würde ich machen kleines Haus aus Dirt Creeper das ist Tag verpiss dich ich will mir nur ein Dirt Haus bauen ich will mir nur ein Dirt Haus bauen und Platz für mein Dirt Haus und Platz für mein Dirt Haus und Platz für mein Dirt Haus das ist so sehr schön da können wir einen Ausgang hin machen da muss man mit Dirt abkommen da ist die große Höhle unten oh wei da haben wir irgendwas Pflanzliches bekommen Pflanzensamen, Baumsamen so hier 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 das Blinge Summe ist auch nervig das Blinge haben wir jetzt Blinge eingeführt na toll ich mach den Sekt nicht warum du stehst im Weg ne du darfst bei mir nicht wohnen raus raus aus dem Haus verdammt verdammt ja wie gesagt die Spielstörung muss man noch lernen muss man noch lernen das erste Dirt Haus wird immer in der Welt stehen bleiben das ist immer ein kleines gespätere Generationen hier begann das Schicksal der Welt im ersten Dirt Haus ich werde auch alle Kommentare unter diesem Video löschen da irgendwie anfangen zu meckern das Blinge das Blinge das Blinge wie genau dafür gedacht Und wie ist es auch noch kein Pro-Gaming-Gameplay, habe ich nie versprochen. Steht wahrscheinlich sogar im Titel so, in der ersten Runde in Minecraft, wer da mit Erwartungen reingeht und denkt da passiert irgendwas interessantes aus das Bisschen höher zum Dothouse-Bauer. Ich mache da irgendwelche Skill-Moves. Die Dicke ist zu niedrig. Ich muss noch einmal hoch, einmal höher. Nein, wenn es höher würde ich das noch machen. Vielleicht passt hier schon eine Decke hin. Ja, das geht. Darunter kann man stehen. Ich muss hier in einem Berg abtragen. Alles aus. Ja, das war ein Witz. Ich weiß, dass in einem Berg abbauen anders aussieht. Meine Güte. Endlich mal ein bisschen Musik. Ich kann ja im Schnitt ein bisschen Musik unten einfügen. Ein bisschen Musik laufen lassen. Das ist meine Musik ohne. Großbiene. Haben Sie gesagt, dass du hier rein darfst? Nein. Verdammt. Ich wurde gestochen. Ich werde hier sterben. Oh nein. Oh nein. 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 Ich glaube der Checkpoint zählt noch nicht, hier der... Einen Herz habe ich noch, oh Mann, das müssen wir irgendwo Schallfarben kriegen und dann ist es vorbei mit mir. So, da die Tür drin, können wir eine Tür craften, eine Tür in dem Dirt Haus, auch schön. Eine Tür, da brauche ich sechs Holz, da muss man nur Holz machen, Holz holen. Eine Biene haue mich nicht, da soll mich nichts treffen. Okay, die erste Nacht haben wir hier schon gestanden. Ich brauche eine Tür. Äh, okay, nein. So war das. Essen muss ich auch noch. Eine Tür. Sehr schön. Drei Türen haben wir durch. Sehr schön, es wird dunkel. Die würde ich andersrum hinstellen. So rum. Das Abendessen. Sehr schön. Bisschen Heilung. Und schlafen. Wir haben die ersten zwei Tage überlebt und uns ein Dirt Haus gewastelt. Da fehlt noch eine Ecke. Aber was soll das? Ach, die können wir auch noch hinbauen. Das Holzschwert haben wir uns schon gepraftet. Die Anfänger in Minecraft haben wir jetzt gelernt. Hübsch, kleiner Klotz. Du kannst es ein bisschen lustiger machen. Bisschen Fromm reinbringen in Endo-Toms. Sehr schön. Ouch. Sollte bei meiner Energie nicht mehr passieren. Aber selbst wenn ich jetzt den Witz habe, das müsste ja gespeichert sein. Ich muss mal die Biene umbringen gehen. Die Spawn gar nichts, das bringt gar nichts. Das bringt uns nichts. Absolut gar nichts, das bringt das. Okay. Dann dahinten noch ein Schwein umbringen. Vorsichtig, wo ich hinlatsche. Sorry, Paluten-Community. Verdammt. Ich will ein bisschen Schweinefleisch, ich muss mich ernähren. Ich muss Energie kriegen. Hm, bringt nicht viel. Okay. Aber das Schwert müssen wir noch verbrauchen. So, was tun wir hier als nächstes. Sterben, wie es ausschaut. Oh. Habe ich da Kohle gesehen. Aber wir haben noch keine. Wir sollten uns eine Spitzheit gehören. Und schon mal Kohle abbauen. Dann haben wir das auch in diesem Part geschafft. Kohle, Kohle, Kohle. Das ist das Töteros da ist. Die Black Bank. Äh. Spitzheit. Was brauchen wir dafür? Zwei Sticks. Und drei Holz. Okay, drei Holz haben wir. Sehr schön. Sticks kriegen wir glaube ich aus dem Laub. Aus den Büschen hier. Ich glaube beim Laub abbauen ist das passiert, dass wir da mal einen Stab bekommen haben. So graue Büsche müssten das sein, so braune. Ein paar ungraue Büsche, wo wir Stecker herkriegen. Dann können wir die Basteln aus Holz. Dann können wir einfach Sticks machen. Bevor wir hier ewig abbauen. Sehr schön. Vier Sticks. Dann können wir uns doch jetzt ein Spielzeug spitzart bauen. Dann können wir mal die Kohle abbauen gehen. Das ist doch ein Plan. Au. Ich habe nur ein halbes Herz. Aufgepasst. Oh. Was hier tue. Lass auf Zwägi. Du kannst dir keinen Fall Schaden mehr erlauben. So. Wo war die Kohle. Hier war die Kohle. 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 Sehr schön. Die Blubberts drunter. Okay. Steine habe ich auch gemacht. Ein bisschen Stein sammeln hier. Neue Rezepte freischalten. Hurra. So. Zurück. Dorthin. Oh. Scheiße. Da war mein erster Tod. Sind wir zum Glück hier in der Nähe des Hauses. Mein Schwert und Krams. Oha. Verdammt. Vorsichtig. Zwei. So. Da habe ich mein Zeugs wieder. Na dann. Ich würde mal sagen. Autsch. Danke fürs Zuschauen. Mit diesem Noob Gameplay. Oh. Oh. Und. Au. Da sehen wir uns. In dem nächsten Video wieder. Haut da rein. Haut noch einen tollen Tag. Man riecht sich. So. Hier kommen wir noch hoch. Ich baue dort mit einer Spitzacke ab. Auch schön. Oha. Da ist scheinbar was. Neues. Freigeschaltet. Okay. Jetzt bin ich hier oben auf einem. Auf einem Baumplateau. Und ein Baum stehst im Weg. Aha. Ich will doch nur zu meiner Dürritte hoch. Zu meinem Trickshaus. Ich habe hier schon bis dann und schau gesagt. Ich habe noch nicht gesagt. Ich wollte mich schon abschieben. Hier. Jetzt kommt mal hier. Jetzt kommt schon. Sehr schön. Da war das Dürrthaus. Alles klar. Bis dann und tschau. Bis dann. Bis dann.